Hallo Leute, es ist eine neue Folge Minecraft Scare Factory 4. Wir haben in der letzten Folge Wasser hergestellt, oder eher gesagt, Wasser hat geregnet. Und jetzt können wir den Birken-Sat-Bling, mit dem Birken-Sat-Bling kriegen wir wiederum den Cold-Sat-Bling. Und durch den Kohle-Sat-Bling kriegen wir Kohle, und durch die Kohle kriegen wir wiederum Eisen. Das machen wir in dieser Folge, wenn wir es schaffen. Und wir können gleich mal anfangen, damit das komische Sofad was oder was auch ist. Der Sofad, das rede ich wiederum. Na egal. Aber, wir können erstmal das da. Warte, kann man das als Brennmittel nehmen? Warte, kann man das Brennmittel nehmen? Das ist kein gültige Brennmittel, okay. Aber ich kann es trotzdem erstmal woanders hinpacken. Dann kann ich einfach Wasser nehmen. Mit dem Wasser kann ich mir wiederum eine Wasserquelle bauen. Das, was wir erstmal bauen, weil das ist eigentlich das Beste, was wir bauen können. So. Und dann nochmal warten, bis irgendwo noch eins voll wird. Aber wir haben erstmal ein Cold-Sat-Bling. Den pflanzen wir aber kurz mit dem Teil hier drin. Oder... Ne, das bringt nicht so viel. Haben wir noch Erde? Normale Erde, da geht. Ne, wir haben hier nochmal normale Erde. So. Ich hoffe, das haut. Man hört was. Ja, man hört was, okay. Ja, also wir machen alles aus dem Kohle-Sat-Bling. Denn ein... Aus dem Kohle und aus den anderen Stoffen. Ein Eisensat-Bling. Okay, der Baum ist jetzt gewachsen. Und wir können jetzt mal ab. Wenn ihr gerade noch eine Stimme hört, das ist mein kleiner Cousin. So. Der ist gerade bei mir. So. Mit der Kohle können wir das jetzt anfangen mit dem Eisen. Eisen. Und zwar brauchen wir um den Eisen-Sat-Bling. Naja. Äh, wo ist das da? Das da. Aus dem machen wir so. Okay, wir brauchen da dieses Eisen. Dann muss den Eisen schmelzen. Das wiederum mit dem. Und dann das mit dem. Den einen müssen wir. Angst, dass er kaputt geht, wenn ich den Abbau. Das hört sich an wie Glas. Das ist vielleicht auch Glas, oder? Das könnte Glas sein. Wie kann man jetzt Lava herstellen? Das brauchen wir auch noch. Lava. Ne, wir brauchen gerade keine Lava. Wir können einfach das heißt Eisen. Ne. Doch, wir brauchen Lava. Wie macht man jetzt Lava? Normale Lava. Wie kriegt man jetzt ein Kessel? Kann man auch ein... Man kann ein Stein-Kessel machen. Aus Steinbricks. Oder kann man auch noch mal... Ne, ich glaube nicht, wenn man auch noch mal alles nehmen kann, aber... Ich glaube, Steinkessel müsste ausreichen. Oder hier, Bruchsteinkessel, hier. Den können wir auch machen. Bruchsteinkessel. Da brauchen wir... Haben wir genug davon? Ne, ich glaube, wir brauchen jetzt noch mehr Steinen und das farme ich mal kurz und wir sind jetzt gleich wieder. So, jetzt ist ein bisschen was vergangen und ich habe jetzt etwas was gefahren. Ja, und wir können uns was verkraften und zwar... mehr Eisen. Ich habe jetzt mehr ein Herbst zugemacht, ich mache jetzt einfach automatisch was, dass wir dann automatisch farmen können. Und zwar, Lava machen wir noch. Also das kommt noch. Also durch Spurstein so und durch Hitze, durch... Das schaffen wir noch, also das kommt noch, aber erstmal... Ähm, ja, erstmal noch mehr Eisen. Weil wir können mit dem Eisen-Auber erst anfangen und das brauchen wir unbedingt jetzt erstmal. Und zwar können wir... Ach, das kostet 4 Kohle. Dann muss ich mal kurz Kohle farmen. Also, wir haben jetzt noch mehr Kohle gefahren, daher habe ich noch ein bisschen davon. Und dann machen wir noch mehr Eisen. 1, 2, so. So. Genau, 3 Eisen noch. Dann haben wir jetzt... Wir haben 5 Eisen. Und 5 Eisen reicht. Und damit können wir jetzt eine Automatisierung machen, und zwar dieses Teil automatisieren. Erstmal brauchen wir ein paar Kisten dafür. Ich kann noch eine machen. So. In der Kiste automatisieren wir jetzt eine. Ah, wir haben noch ein Stack-In-Event, also. So. Wir haben so viel Holz, wir können irgendwann einmal mit... ...viel bauen. So. Und hier auch immer eine Doppelkiste. So. Da ist dann viel mehr geordneter... ...ohr...geordneter... So. Ne, wir brauchen nur die Kiste, doch. Wegen... ...zwar schon alles richtig, so. Und jetzt können wir damit... ...einen Trichter erstellen. Diesen Trichter können wir wiederum zusammencraften. Mit den Teilen. Und jetzt... ...müsst du das eigentlich finden, was ich nicht verstanden habe. Das drauf machen kann. Dann da eine Erde drauf. Und dann ein... ...was wir gerade am meisten brauchen, ist... ...was haben wir am wenigsten... ...travel... ...travel Seeds... ...dann müssen... ...dann muss das eigentlich jetzt wachsen? Und eigentlich gleich nichts reingenommen, wenn ich jetzt richtig verstehe. Stimmt das? Also es sieht immer schön aus, also... ...ich vermut man das... ...kannstücken... ...also... ...können wir an der Zeit... Ne... ...das ist nur ein paar Sekunden, also... ...das warten wir noch... ...und es wird gleich eingeladen... ...oh mein Gott... ...das ist natürlich... ...ein riesiger Fortschritt... ...und... ...damit können wir ja sehr viel dann anfangen. Jetzt aber nochmal erstmal zum... ...äh... ...zure... ...Lava... ...weil die brauchen wir auch... ...ein Hochgestein durch einen Kessel... ...und den Kessel kriegen wir durch einen Steinkessel... ...wir können aber... ...ne... ...ne... ...ein Steinkessel... ...genau den hier... ...genau... ...und da... ...brauchen wir Cobblestone... ...und Cobblestone kann man durch... ...und den kriegt man durch... ...das... ...und da können wir auch nochmal 5 machen... ...und damit... ...kriegen wir es noch nicht hin... ...aber das werden wir noch hinbekriegen... ...wird uns recht... ...so jetzt habe ich noch die letzten... ...ein paar... ...teile gesammelt... ...und wir können damit jetzt... ...schonmal das hier craften... ...also das... ...letzte... ...die letzten Steine... ...und damit können wir... ...jetzt einen... ...Buchstein... ...kriegen machen... ...und mit dem... ...mute ich mal... ...wenn wir jetzt das... ...auf die Packer setzen... ...also mal Asai-Oma... ...und da jetzt... ...Buchstein reinpacken... ...wenn wir noch einen Bruchstein hätten... ...wenn wir noch bestimmt... ...ähhh... ...da... ...nach einen Bruchstein können wir machen... ...genau... ...so... ...und dann gehen wir mit dem... ...einen Bruchstein... ...ähh... ...ja... ...einen Bruchstein... ...und das wird gleich zur Lava... ...eine Flasche Lava... ...das heißt... ...wir brauchen davon... ...ein bisschen was... ...und damit können wir das andere herstellen... ...und jetzt können wir noch mal... ...den ganzen rechtlichen Eisen... ...können wir... ...das ich auch noch automatisieren möchte... ...und zwar... ...können wir jetzt mit den Querwellteilen... ...noch mehr Eisen herstellen... ...das war das einzige... ...was uns gefällt hat... ...für das... ...für das Eisen... ...also Eisen... ...und dann müssten wir... ...das so... ...mit dem... ...dreisen... ...dreisen... ...dreisen müssen... ...aber... ...dreisen müssen... ...also reicht noch nicht... ...sinds jetzt... ...sind... ...ich... ...bis auf dem Steller... ...sind... ...so... ...jetzt ist es bestimmt das letzte Mal... ...und wir haben... ...jetzt noch ein bisschen... ...kohle... ...brauch ich auch noch gehabt... ...also... ...hab ich auch noch gebraucht... ... deswegen... ...müssten wir eigentlich jetzt... ...alles zusammen haben... ...um noch einen zweiten... ...davon zu kraften... ...und damit können wir dann... ...alles automatisieren... ...also... ...damit können wir Lava automatisieren... ...was fehlt uns jetzt... ...Cravel fehlt uns jetzt... ...ein... ...feiert uns für Cravel... ...ich habe aussehen vorhin... ...Cravel gebraucht... ... deswegen... ...ähm... ...Cravel... 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 ...Den können wir noch... ...wachsen... ...wachsen... ...in dieser Folge... ...da ist auch schon... ...wachsen... ...und... ...das müsse dann... ...auch reichen... ...und... ...dann... ...ein Eisen... ...dass so... ...da... 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 ...und... ...da... ...nochmal zu Eisen... ...und dann müsse das reichen... ...dann weiß ich noch... ...ob es fertig gebrannt ist... ...so... ...es ist fertig gebrannt... ...und jetzt... ...können wir daraus... ...den... ...letzten... ...das letzte... ...was in der Folge machen... ...was in das... ...ein Slap Chats... ...der wann gibt's sowas... ...ein Hop machen... ...aus dem... ...ding... ...sowas machen... ...was in das... ...ein Hopper... ...ok... ...nach oben... ...und das... ...können wir dann machen... ...damit... ...können wir die Kiste hier... ...auch nochmal mit... ...da ausstatten... ...und darauf machen wir... ...ähm... ...kohle... ...ja... ...da kriegen wir hierdurch... ...Kohle... ...Brennstoffliste... ...ja... ...damit haben wir eigentlich... ...relativ viel geschafft... ...in dieser Folge... ...wir haben einen... ...wir haben alles automatisiert... ...also... ...wir kriegen jetzt... ...Abo... ...Wasser hab ich auch aufgeführt... ...wir kriegen jetzt automatisch... ...Stein... ...Cravel kriegen wir auch... ...also Stein kriegen wir automatisch jetzt... ...ja... ...können wir noch einen Stein herstellen... ...ja... ...können wir noch einen Stein herstellen... ...den haben wir jetzt schon... ...z... ...z... ...da fehlt es noch ein paar... ...da fehlt uns dann noch ein... ...ne... ...ne... ...zwei Steine fehlen uns dann noch... ...das haben wir jetzt zwei Flaschen für noch... ...so... ...da kriegen wir noch einen... ...nein... ...da kriegen wir nicht... ...aber das war's auch wieder von der Folge... ...Ciao bis als Folge... ...Minecraft... ...Scafactory... ...4...